von lustige geschichten dies ist eine im neuen uniformmantel mit einem bündel in der hand hinter ihm schreitet ein rothaariger schutzmann mit einem sieb das bis an den rand mit konfiszierten stachelbeeren angefüllt ist ringsum ist es still auf dem platze ist keine seele zu sehen die offenen türen der kaufläden und der brandweinschenken blicken in die welt so traurig wie hungrige mäuler vor ihnen sind sogar keine bettler zu sehen du beißt verdammtes vieh hörte plötzlich otschumjelov kinder das darf man nicht dulden heut wird nicht mehr gebissen haltet ihn es ertönt hundegewinsel otschumjelov blickt auf die seite und sieht aus dem holzlager des kaufmanns pitschugin läuft ein hund er hüpft auf drei beinen und blickt immer zurück ihn verfolgt ein mann in gestärktem kartunhemd und offener weste er remmt den oberkörper vor geneigt fällt hin und packt den hund bei den hinterpfoten man hört zum zweiten mal das winseln und den schrei lass ihn nicht los aus den läden zeigen sich verschlafene gesichter und vor dem holzlager sammelt sich wie aus der erde gestampft eine menschenmenge ich glaube es gibt einen skandal euer wohlgeboren sagt der schutzmann otschumjelov macht halblings kehrt und steuert auf die ansammlung los vor dem tore des holzlagers steht der schon erwähnte mann in offener weste er hält den rechten arm erhoben und zeigt der menge einen blutenden finger in seinem halb betrunkenen gesicht kann man lesen das wirst du mir ordentlich bezahlen müssen und auch der finger selbst sieht wie eine siegestrophäe aus in diesem mann erkennt otschumjelov den goldschmied im zentrum der menschenansammlung sitzt die vorderbeine gespreizt und am ganzen leibe zitternd der urheber des skandals ein junger weißer windhund mit spitzer schnauze und einem gelben fleck auf dem rücken seine tränenden augen drücken kummer und entsetzen aus was gibt's da fragt otschumjelov mitten in die menge eindringend was ist los warum zeigst du den finger wer hat geschrien ich gehe euer wohlgeboren meinen weg und rühre keinen menschen an beginnt shiryukin in die hohle hand hüstelnd ich rede mit mitri mitriitsch wegen holz und plötzlich packt mich dieses gemeine vieh am finger sie müssen schon entschuldigen ich bin handwerker es ist ein feines handwerk das ich betreibe das soll man mir bezahlen denn ich werde diesen finger wohl eine ganze woche nicht rühren können es gibt kein solches gesetz euer wohlgeboren dass man sich von einem vieh so was gefallen lassen muss wenn jeder beißen würde so könnte man nicht mehr auf der welt leben schön sagt otschumjelov er hustet streng und bewegt die brauen schön wessen hund ist es das kann ich nicht so gehen lassen ich werde ihnen schon zeigen hunde herumlaufen zu lassen es ist zeit die herrschaften vorzunehmen die sich den vorschriften nicht fügen wollen wenn er der schurke eine ordentliche geldstrafe zudiktiert bekommt so wird er schon wissen was so ein hund und ähnliches herrnloses vieh bedeutet ich werde ihm schon zeigen jeldirin wendet sich der revieraufseher an den schutzmann erfahre mal wessen hund es ist und setze ein protokoll auf den hund muß man aber vertilgen sofort er hat sicher die tollwut wessen hund ist es frage ich ich glaube er gehört dem general shigalov sagt jemand aus der menge dem general shigalov jeldirin hilf mir mal aus dem mantel es ist so furchtbar heiß ich glaube es kommt ein regen eines verstehe ich nicht wie konnte er dich beißen wendet sich otschumjelov zu chiryukin kann er denn zu deinem finger hinaufreichen er ist doch klein und du bist so ein mordskerl du hast dir wohl den finger selbst mit einem nagel aufgekratzt und dann kam dir der gedanke von jemand geld dafür zu schinden so ein volk bist du ich kenne euch ihr teufel er ist ihm mit seiner zigarette in die nase gefahren euer wohlgeboren zum spaß der hund ist aber nicht dumm und schnappt nach ihm er ist ein nichtsnutziger kerl euer wohlgeboren du lügst einäugiger wenn du es nicht gesehen hast was brauchst du zu lügen sein wohlgeboren ist ein kluger mensch und weiß sehr gut wer lügt und wer auf er und gewissen wie vor dem herrn spricht wenn ich aber lüge so soll es der friedensrichter entscheiden das steht in seinem gesetzbuch geschrieben heutzutage sind alle menschen gleich ein bruder von mir ist gendarm wenn ihr es wissen wollt keine widerrede nein der hund ist nicht vom general bemerkt tiefsinnig der schutzmann der general hat keine solchen hunde er hat lauter hühnerhunde weißt du das bestimmt ganz bestimmt euer wohlgeboren das weiß ich auch selbst der general hält sich doch nur teure rassenreine hunde dieser aber ist der teufel weiß was hat ein schäbiges fell sieht nach nichts aus ein ganz gemeiner hund und so einen hund hält sich jemand wo habt ihr euren verstand wenn man einen solchen hund in petersburg oder in moskau aufgegriffen hätte wisst ihr was dann geschehen wäre man würde gar nicht aufs gesetz schauen man würde ihn sofort umbringen du bist doch der geschädigte also darfst du die sache nicht so gehen lassen man muss es den leuten zeigen es ist zeit vielleicht gehört er doch dem general überlegt sich laut der schutzmann auf der schnauze steht es ihm nicht geschrieben neulich sah ich beim general auf dem hofe einen ähnlichen natürlich ist es einer vom general sagt eine stimme aus der menge hm jeldirin hilf mir mal in den mantel es zieht auf einmal habe ich es so kalt bring den hund zum general und erkundige dich dort sag ich hätte ihn gefunden und hingeschickt und sag auch man möchte ihn nicht so herumlaufen lassen vielleicht ist's ein wertvoller hund und wenn ihm jedes schwein mit einer zigarette in die nase fährt so kann er leicht schaden leiden der hund ist ein empfindliches geschöpf laß deinen arm hängen du narr brauchst nicht deinen dummen finger zu zeigen du bist selbst schuld da geht gerade der koch vom general den wollen wir fragen hey brochor komm mal her mein lieber schau mal den hund an gehört er euch was dir nicht einfällt solche hunde haben wir niemals gehabt da braucht man nicht viel zu fragen sagt otchumielov es ist ein herrenloser hund was ist da noch zu reden wenn ich mal gesagt habe dass er herrenlos ist so ist er herrenlos vertilgen muss man ihn und fertig der hund gehört nicht uns sagt brochor fortfahrend er gehört dem bruder vom general der dieser tage gekommen unser general mag keine windhunde sein bruder aber ist liebhaber davon so der herr bruder ist gekommen wladimir ivanovich fragt otchumielov und ein lächeln der rührung gleitet über sein gesicht du lieber gott und ich habe es gar nicht gewusst ist er zu besuch gekommen zu besuch du lieber gott hat sich wohl nach seinem herren bruder gesehnt und ich habe es gar nicht gewusst so das ist also sein hündchen freut mich sehr nimm es nur mit das hündchen ist ganz nett so fix hat gleich nach seinem finger geschnappt was zitterst du denn rrrr rrrrrr erst böse der schelm so ein netter kerl brochor ruft den hund und entfernt sich mit ihm vom holzlager die menge lacht über tryokin du kommst mir noch mal dran droht ihm otchumyelov ev dann schließt er seinen mantel und setzt seinen weg über den marktplatz fort Ende von Abschnitt 22 Abschnitt 23 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Boris Greff. Aus dem Regen in die Traufe von Anton Tschechow Übersetzt von Alexander Eliasberg Beim Domdirigenten Gradosov sitzt der Advokat Kalyakin. Er hält eine an Gradosov adressierte Vorladung zum Friedensrichter in der Hand und spricht Sie mögen sagen, was Sie wollen, Dossifei Petrovic, aber Sie sind schuld. Ich achte Sie, ich schätze Ihre Zuneigung, muss Ihnen aber zu meinem Leidwesen sagen, dass Sie im Unrecht waren. Jawohl, im Unrecht. Sie haben meinen Klienten, der Vyashkin beleidigt. Warum haben Sie ihn beleidigt? Wer hat ihn zum Teufel beleidigt? Er eifert sich Gradosov. Ein großgewachsener Greis mit niedriger, wenig versprechender Stirne, dichten Augenbrauen und einer Bronzemedaille im Knopfloch. Ich habe ihm nur eine moralische Sittenpredigt gehalten. Man muss doch die Dummköpfe belehren. Wenn man sie nicht belehrt, so lassen Sie einen gar nicht leben. Dossifei Petrovic, das war keine Belehrung. Sie haben ihn, wie er in seiner Klage erklärt, öffentlich geduzt und einen Esel, einen Schurken und dergleichen genannt. Einmal haben Sie sogar Ihre Hand erhoben, als wollten Sie ihn tätlich beleidigen. Wie soll man ihn nicht schlagen, wenn er es verdient? Das verstehe ich nicht. Begreifen Sie doch, dass Sie gar kein Recht dazu haben. Ich habe kein Recht? Da müssen Sie mich schon entschuldigen. Das können Sie wem anders erzählen. Mir dürfen Sie damit nicht kommen. Nachdem man ihn aus dem bischöflichen Chore hinausgejagt hatte, war er zehn Jahre in meinem Chore angestellt. Ich bin sein Wohltäter, wenn Sie es wissen wollen. Wenn er mir böse ist, weil ich ihn aus meinem Chore hinausgejagt habe, so ist das seine eigene Schuld. Ich habe ihn wegen seiner Philosophie hinausgejagt. Philosophieren darf nur ein gebildeter Mensch, der seine Studien absolviert hat. Wenn einer aber ein Dummkopf ist und keine Grütze im Kopf hat, so soll er still im Winkel sitzen und schweigen. Schweigen und hören, was die Klugen sagen. Er aber musste immer etwas reinreden, der Schafskopf. Wenn wir eine Probe hatten oder bei einer Messe sangen, fing er gleich an, über Bismarck und über alle möglichen Gladstones zu reden. Denken Sie sich nur, eine Zeitung hat er sich gehalten. Wie viel Ohrfeigen er von mir für den russisch-türkischen Krieg allein bekommen hat, können Sie sich gar nicht vorstellen. Alle anderen singen. Er aber beugt sich zu den Töneuren vor und erzählt ihnen, wie die Unsrigen das türkische Panzerschiff Luftijelil mit Dynamit in die Luft gesprengt haben. Geht denn das? Es ist natürlich angenehm, dass die Unsrigen gesiegt haben. Aber daraus folgt noch nicht, dass man nicht zu singen braucht. Man kann auch nach der Messe darüber sprechen. Mit einem Worte. Ein Schwein. Sie haben ihn also auch schon früher beleidigt? Früher nahm er mir das nicht übel. Er fühlte, dass es zu seinem eigenen Nutzen war. Er verstand das. Er wusste, dass es eine Sünde ist, einem Älteren und seinem Wohltäter zu widersprechen. Seitdem er aber Schreiber an der Polizei geworden ist, da ist er gleich stolz geworden und versteht es nicht mehr. Ich bin jetzt, sagt er, kein Chorsänger mehr, sondern Beamter. Ich werde, sagt er, Examen ablegen und Kollegienregistrator werden. Also bist du ein Narr. Sage ich ihm, wenn du weniger philosophieren und dir öfter die Nase putzen wolltest, sage ich ihm, so wäre es besser, als an Titel zu denken. Dir sind, sage ich ihm, keine Titeleigen, sondern nur Narrheiten. Er aber will gar nicht hören. Nehmen wir diesen Fall, für den er mich beim Friedensrichter verklagt hat. Ist er etwa kein Schuft? Ich sitze im Samoplujewschen Wirtshause mit unserem Kirchenältesten und trinke Tee. Das Wirtshaus ist gesteckt voll, kein einziger Platz ist frei. Da sehe ich, er sitzt auch mit seinen Schreibern da und säuft Bier. So ein Gag hebt die Nase in die Luft, schreit, fuchtelt mit den Händen. Ich höre zu, er spricht über die Cholera. Was fängt man mit so einem Kerl an? Er philosophiert. Wissen Sie, ich schweige und dulde. Schwarz nur, denke ich mir, schwarz nur. Die Zunge hat ja keine Knochen. Zum Unglück fängt das Orchestrion zu spielen an. Da kommt er der Schuft in Rührung und sagt zu seinen Freunden. Trinken wir, sagt er, für das Gedeihen. Ich bin, sagt er, ein Sohn meines Vaterlandes und ein Slavophile meiner Heimat. Ich will meine einzige Brust hinopfern. Sollen mir nur alle Feinde entgegentreten. Den möchte ich sehen, der mit mir nicht einverstanden ist und haut mit der Faust auf den Tisch. Das sieht dich aber nicht mehr aus. Ich gehe auf ihn zu und sage ihm ganz höflich, hör mal, Ossip, wenn du Schwein nichts verstehst, so rede lieber nicht und schweige. Nur ein gebildeter Mensch darf diskutieren. Du sollst dich aber demütigen. Du bist Staub, du bist ein Wurm. Ich sage ihm ein Wort und er gibt mir zehn Worte zurück. So ging es los. Ich denke natürlich nur an seinen Nutzen. Er aber redet aus Dummheit. Zuletzt fühlte er sich beleidigt und verklagte mich beim Friedensrichter. Ja, sagte Kalliakin und seufzte. Die Sache steht schlimm. Aus solchem Unsinn ist der Teufel weiß was entstanden. Sie sind Familienvater, ein allgemein geachteter Mann und nun stehen Sie vor Gericht. Es beginnt ein Gerede, Sie kommen in Arrest. Man muss der Sache ein Ende machen, Dossifei Petrovic. Sie haben nur einen Ausweg, mit dem auch Derevjaschkin einverstanden ist. Sie gehen mit mir heute ins Samoplojewsche Gasthaus um sechs Uhr, wo sich dort die Schreiber, Schauspieler und sonstigen Leute versammeln, in deren Gegenwart sie ihn beleidigt haben und bitten ihn um Entschuldigung. Dann zieht er seine Klage zurück. Haben Sie es verstanden? Ich glaube, Sie werden darauf eingehen, Dossifei Petrovic. Ich sage das Ihnen als Freund. Sie haben den Derevjaschkin beleidigt und beschämt. Vor allen Dingen haben Sie seine so lobenswerten Gefühle in Zweifel gezogen und sogar profaniert. Heutzutage geht das nicht. Man muss vorsichtiger sein. In Ihren Worten kann man einen Nebensinn erblicken, der heutzutage sozusagen nicht ganz angenehm ist. Jetzt ist es dreiviertel sechs. Wollen Sie mit mir mitkommen? Gradusow schüttelte den Kopf. Als ihm aber Kalyakin den Nebensinn, den man in seinen Worten erblicken konnte und die möglichen Folgen davon in grellen Farben schilderte, bekam er Angst und willigte ein. Passen Sie auf, entschuldigen Sie sich in aller Form, belehrte ihn unterwegs der Advokat. Sie gehen auf ihn zu und sprechen ihn mit Sie an. Entschuldigen Sie, ich nehme meine Worte zurück und so weiter. Im Gasthause trafen Gradusow und Kalyakin eine große Versammlung an. Hier saßen Kaufleute, Schauspieler, Beamte, Polizeischreiber und sonstiges gemischtes Publikum, das sich da in den Abendstunden zu versammeln pflegte, um Tee oder Bier zu trinken. Unter den Schreibern saß auch der Revjaschkin selbst, ein Bursche von unbestimmtem Alter, glatt rasiert, mit großen, unbeweglichen Augen, einer platten Nase und so rauen Haaren, dass man bei ihrem Anblick den Wunsch empfand, sich die Stiefel zu putzen. Sein Gesicht war so glücklich konstruiert, dass man gleich auf den ersten Blick alles erfahren konnte, dass er trinkt, eine Bassstimme hat und dumm ist. Doch nicht so dumm, dass er sich nicht für sehr klug hielte. Als er den Chordirigenten eintreten sah, stand er auf und bewegte den Schnurrbart. Die ganze Versammlung, die offenbar auf die öffentliche Beichte vorbereitet war, spitzte die Ohren. »Hier, Herr Gradusow ist einverstanden«, sagte Kalyakin eintretend. Der Chordirigent begrüßte indessen den einen und den anderen von seinen Bekannten, putzte sich laut die Nase, errötete und ging auf der Revjaschkin zu. »Entschuldigen Sie«, murmelte er, ohne ihn anzublicken, sein Tuch wieder in die Tasche steckend. »Vor der ganzen Gesellschaft nehme ich meine Worte zurück.« »Ich verzeihe«, entgegnete der Revjaschkin im Bass. Darauf warf er einen triumphierenden Blick um sich und setzte sich. »Ich bin befriedigt.« »Herr Advokat, ich ziehe meine Klage zurück.« »Ich entschuldige mich«, fuhr Gradusow fort. »Verzeihen Sie mir. Ich mag keine Streitigkeiten. Wenn du willst, dass ich zu dir sie sage, so will ich es tun. Wenn du willst, dass ich dich für klug halte, so tue ich auch das. Mir ist es ganz gleich. Ich trage nichts nach. Hol dich, der Teufel. Aber erlauben Sie, Sie sollen sich entschuldigen und nicht schimpfen. Wie soll ich mich nicht denn noch entschuldigen? Ich entschuldige mich doch, wenn ich eben du gesagt habe, so nur aus Vergesslichkeit. Ich werde doch nicht niederknien. Ich entschuldige mich und danke sogar Gott, dass du so gescheit warst, die Klage zurückzuziehen. Ich habe keine Zeit, um aufs Gericht zu laufen. Mein Leben lang habe ich noch nie prozessiert, werde nie prozessieren und rate es auch dir nicht, das heißt ihn. Gewiß, wollen Sie nicht zur Feier des Friedensschlusses von San Stefano etwas trinken? Ich kann auch etwas trinken. Du bist aber doch ein Schwein, Ossip. Das sage ich nicht, um dich zu beleidigen, sondern nur so, beispielsweise. Du bist eben ein Schwein. Weißt du noch, wie du vor mir auf den Knien herumgerutscht bist, als man dich aus dem bischöflichen Chor hinausgeworfen hatte? Wie? Und du wagst es noch, deinen Wohltäter zu verklagen? Ein Fratz bist du. Schämst du dich denn gar nicht? Meine Herren, schämt er sich denn gar nicht? Erlauben Sie mal, sie beleidigen mich schon wieder. Was ist denn das für eine Beleidigung? Ich sage dir das nur so zur Belehrung. Ich habe mich mit dir ausgesöhnt und sage es zum letzten Mal, dass ich gar nicht daran denke, dich zu beleidigen. Ich werde mich doch nicht mit dir einlassen, du Teufel, nachdem du mich, deinen Wohltäter, verklagt hast. Hol dich der Kuckuck, ich will mit dir überhaupt nicht reden. Und wenn ich dich soeben aussehen ein Schwein genannt habe, so bist du eben ein Schwein. Statt für mich, deinen Wohltäter ewig zu Gott zu beten, weil ich dich zehn Jahre lang ernährt und dir die Noten beigebracht habe, kommst du mit einer dummen Beleidigungsklage und schickst mir allerlei Teufel von Advokaten an den Hals. Erlauben Sie mal, Dossifei Petrovic, versetzte Karl Jackin gekränkt. Er hat keine Teufel zu Ihnen geschickt, sondern mich. Seien Sie bitte vorsichtiger. Meine ich denn Sie? Kommen Sie zu mir nur jeden Tag. Sie sind mir willkommen. Doch ich muss mich wundern, dass Sie, ein gebildeter und studierter Mann, statt diesen Truthahn zu belehren, ihn in Schutz nehmen. An Ihrer Stelle würde ich ihn im Zuchthaus verfaulen lassen. Was sind Sie so böse? Was wollen Sie von mir noch? Ich verstehe das wirklich nicht. Meine Herren, Sie können doch bezeugen, dass ich mich entschuldigt habe. Ein zweites Mal werde ich mich bei einem solchen Dummkopf doch nicht entschuldigen. Sie sind selbst ein Dummkopf, rief Ossip mit heiserer Stimme und schlug sich empört vor die Brust. Ich bin ein Dummkopf und du wagst mir das zu sagen. Geradusov wurde über und überrot und begann zu zittern. Du unterstehst dich. Hier hast du es. Abgesehen davon, dass ich dir, du Schuft, soeben eine Ohrfeige gegeben habe, werde ich dich auch noch beim Friedensrichter verklagen. Ich will dir zeigen, was es heißt, mich zu beleidigen. Meine Herren, Sie sind Zeugen. Herr Revieraufseher, was stehen Sie da und schauen ruhig zu? Man beleidigt mich, und Sie dulden es? Sie bekommen Ihr Gehalt. Wenn es aber gilt, nach der Ordnung zu schauen, so ist das nicht Ihre Sache, wie? Sie glauben wohl, dass man sich über Sie nicht beschweren kann. Der Revieraufseher ging auf Gradusov zu, und nun fing die Geschichte an. Nach acht Tagen stand Gradusov vor dem Friedensrichter wegen Beleidigung der Revjaschkins, des Advokaten und des Revieraufsehers. In Bezug auf den Letzteren lag Amtsehrenbeleidigung vor. Anfangs konnte er gar nicht begreifen, ob er der Kläger oder der Angeklagte sei. Als ihn aber der Friedensrichter summarisch zu zwei Monaten Haft verurteilte, lächelte er bitter und brummte, »Hm, man hat mich beleidigt, und ich soll noch sitzen. Merkwürdig. Herr Friedensrichter, man muss nach dem Gesetze verfahren und nicht klügeln. Ihre selige Frau Mutter, Wadwada Sergejevna, pflegte solche Leute wie diesen Ossip da, mit Ruten züchtigen zu lassen, und Sie nehmen sie in Schutz? Wozu soll das führen? Sie sprechen so einen Schemm frei? Ein anderer spricht ihn frei? Bei wem soll man sich da noch beschweren? Sie können gegen das Urteil innerhalb zwei Wochen Berufung einlegen. Und ich bitte Sie zu schweigen. Sie dürfen gehen. »Natürlich. Heute kann man vom Gehalt allein nicht leben,« versetzte Gradusow und zwinkerte bedeutungsvoll mit einem Auge. »Wenn man satt werden will, so muß man doch zuweilen auch einen Unschuldigen einsperren. Ja, ja, man kann Ihnen sogar keinen Vorwurf daraus machen.« »Wie?« »Nichts, ich meinte nur so. Manchmal nimmt man auch ein kleines Geschenk an. Sie glauben wohl, dass Sie, wenn Sie eine goldene Kette um den Hals hängen haben, vor jedem Gericht gefeit sind. Seien Sie unbesorgt. Ich werde schon alles aufdecken.« So entstand ein Prozeß wegen Richterbeleidigung. Der Dompfarrer nahm sich aber der Sache an, und sie wurde vertuscht. Als Gradusow an das Kreisgericht appellierte, war er überzeugt, dass man nicht nur ihn freisprechen, sondern auch Ossip ins Zuchthaus sperren würde. Das dachte er sich auch noch während der Verhandlung. Vor dem Gericht benahm er sich versöhnlich und zurückhaltend und sprach kein Wort zu viel. Nur als der Vorsitzende ihm sagte, dass er sich hinsetzen dürfe, fühlte er sich verletzt und fragte, »Steht es denn im Gesetz geschrieben, dass ein Chordirigent neben einem Chorsänger sitzen soll?« Und als das Kreisgericht das Urteil des Friedensrichters bestätigte, kniff er die Augen zusammen. »Wie?« fragte er. »Wie soll ich das auffassen? Wie meinen Sie das?« »Das Kreisgericht bestätigt das Urteil des Friedensrichters. Wenn Sie unzufrieden sind, so können Sie an den Senat appellieren.« So, so, ich danke ergebensexzellenz für die schnelle und gerechte Entscheidung. Vom Gehalt allein kann man natürlich nicht leben, das verstehe ich vollkommen. Aber Sie müssen schon entschuldigen. Wir werden auch ein unbestechliches Gericht finden. Wir übergehen hier, was Gradusow noch alles dem Kreisgericht sagte. Jetzt hat er sich wegen Beleidigung des Kreisgerichts zu verantworten und will nichts hören, wenn seine Bekannten ihm zu erklären suchen, dass er schuldig ist. Er ist von seiner Unschuld überzeugt und glaubt, dass man ihm früher oder später für die Aufdeckung der Missbräuche Dank sagen wird. »Mit diesem Dungkopf kann man nichts anfangen,« pflegt der Dompfarrer zu sagen und dabei hoffnungslos mit der Hand zu winken. Er versteht nichts. Ende von Abschnitt 23 Abschnitt 24 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Für einen gebildeten Menschen ist das Nichtwissen fremder Sprachen oft sehr störend. Woruthoff bekam das zu fühlen, als er, nachdem er die Universität mit dem Grade eines Kandidaten absolviert hatte, sich an eine kleine wissenschaftliche Arbeit machte. »Es ist schrecklich,« sagte er keuchend. Trotz seiner 26 Jahre war er schon dick und aufgedunsen und litt an Atemnot. »Es ist schrecklich. Ohne Sprachen bin ich wie ein Vogel, ohne Flügel. Ich müsste einfach die ganze Arbeit aufgeben.« Er entschloß sich, seine angeborene Faulheit um jeden Preis niederzuringen und die französische und die deutsche Sprache zu erlernen und fing an, sich nach Lehrern umzusehen. An einem Winternachmittag, als Woruthoff in seinem Zimmer saß und arbeitete, meldete ihm der Diener, dass ein Fräulein ihn sprechen möchte. »Bitte Sie herein,« sagte Woruthoff. Ins Arbeitszimmer trat eine junge, nach der letzten Mode gekleidete Dame. Sie stellte sich als die französische Sprachlehrerin Alice Ossipowna Enquête vor und sagte, dass einer der Freunde Woruthoffs sie zu ihm geschickt habe. »Sehr angenehm. Nehmen Sie bitte Platz,« sagte Woruthoff umatemringend und mit der Hand den Kragen seines Nachthemdes verdeckend. Um leichter zu atmen, pflegte er immer im Nachthemde zu arbeiten. »Pjotr Sergejevich hat sie empfohlen. Ja, ja, ich habe ihn darum gebeten. Freut mich sehr.« Während er mit Mademoiselle Enquête verhandelte, blickte er sie schüchtern und neugierig an. Sie war eine echte, sehr graziöse und noch sehr junge Französin. Nach ihrem blassen und verträumten Gesicht, den kurzen Locken und der unnatürlich dünnen Taille zu schließen, mochte sie höchstens achtzehn Jahre alt sein. Als aber Woruthoff ihre breiten, gut entwickelten Schultern, den hübschen Rücken und die strengen Augen sah, dachte er sich, dass sie doch dreiundzwanzig, wenn nicht fünfundzwanzig sein müsse. Dann aber kam es ihm wieder vor, als sei sie erst achtzehn. Ihr Gesichtsausdruck war kühl und geschäftlich, wie bei einem Menschen, der gekommen ist, um über Geldangelegenheiten zu sprechen. Sie lächelte kein einziges Mal, zog auch nicht die Stirn kraus und blickte nur einmal erstaunt, als sie erfuhr, dass sie keine Kinder, sondern einen erwachsenen, dicken Herren zu unterrichten hätte. »Also, Alice Ossipowna«, sagte ihr Woruthoff, »wir wollen die Stunde von sieben bis acht Uhr abends festsetzen. Und was ihren Wunsch betrifft, einen Rubel für die Stunde zu bekommen, so habe ich nichts dagegen. Gut, meinetwegen einen Rubel für die Stunde.« Er fragte sie noch, ob sie nicht eine Tasse Tee oder Kaffee möchte und ob draußen schönes Wetter sei. Gutmütig lächelnd und mit der Hand das Tuch des Schreibtisches streichelnd, erkundigte er sich leutselig, wer sie sei, welche Studien sie gemacht habe und wovon sie lebe. Alice Ossipowna antwortete ihm mit kühlem, geschäftlichem Ausdruck, dass sie ein Privatpensionat absolviert und das Lehrerinnen-Examen gemacht habe, dass ihr Vater vor kurzem an Scharlach gestorben sei, die Mutter aber noch lebe und künstliche Blumen herstelle, dass sie, Mademoiselle Enquette, selber am Vormittag in einem Privatpensionat unterrichte, am Nachmittag aber bis zum Abend in besseren Häusern Stunden gebe. Sie ging und ließ einen leichten, sehr zarten Duft ihres Kleides zurück. Worotow konnte dann lange Zeit nicht mehr arbeiten. Er saß am Schreibtische, streichelte mit den Händen das grüne Tuch und ging seinen Gedanken nach. Es ist angenehm, ein junges Mädchen zu sehen, das sich selbst ihr Brot verdient, dachte er sich. Andererseits ist es doch schmerzlich, dass die Not selbst so graziöse und hübsche junge Mädchen wie diese Alice Ossipowna nicht verschont und dass auch sie ums Dasein kämpfen muss. Traurig! Er, der noch niemals eine tugendhafte Französin gesehen hatte, glaubte, dass die so elegant gekleidete Alice Ossipowna mit ihren gut entwickelten Schultern und der unnatürlich feinen Taille außer den Stunden vielleicht auch noch eine andere Erwerbsquelle habe. Am nächsten Abend, fünf Minuten vor sieben, kam Alice Ossipowna. Sie war ganz rosig vor Kälte. Sie schlug das Lehrbuch von Margot auf, das sie mitgebracht hatte und begann ohne jede Einleitung. Die französische Grammatik hatte 26 Buchstaben. Der erste Buchstabe heißt A, der zweite B. Entschuldigen Sie, unterbrach sie, Vorotow lächelnd. Ich möchte Ihnen sagen, Mademoiselle, dass Sie für meine Person Ihre Methoden etwas ändern müssen. Ich kann nämlich gut Russisch, Lateinisch und Griechisch. Ich habe die vergleichende Sprachwissenschaft studiert und glaube, dass wir ohne erst den Margot durchzunehmen gleich an die Lektüre irgendeines Autors schreiten können. Und er erklärte der Französin, wie erwachsene fremde Sprachen zu erlernen pflegen. Einer meiner Bekannten, sagte er, der die neuen Sprachen erlernen wollte, legte vor sich ein französisches, deutsches und lateinisches Neues Testament hin. Und las sie parallel, wobei er aufmerksam jedes Wort analysierte. Und was glauben Sie, er erreichte sein Ziel in weniger als einem Jahr. Wir wollen es ebenso machen. Wir nehmen irgendeinen Autor vor und versuchen zu lesen. Die Französin sah ihn verständnislos an. Der Vorschlag Vorotows erschien ihr offenbar naiv und dumm. Hätte ihr diesen seltsamen Vorschlag ein jüngerer Schüler gemacht, so wäre sie wohl böse geworden und hätte ihn angeschrien. Da sie aber einen erwachsenen und sehr dicken Menschen vor sich hatte, den sie nicht anschreien durfte, zuckte sie kaum merklich die Achseln und sagte, wie Sie wünschen. Vorotow suchte in seinem Bücherschrank und holte ein zerfetztes französisches Buch heraus. Ist dieses geeignet? fragte er. Es ist ganz gleich. Also fangen wir mit Gottes Hilfe an. Beginnen wir mit dem Titel Memoirs. Memoirs. Erinnerungen, übersetzte Mademoiselle Enquête. Erinnerungen, wiederholte Vorotow. Gutmütig, lächelnd und schwer atmend gab er sich eine Viertelstunde mit dem Worte Memoirs und ebenso lange mit dem De ab. Das ermüdete Alice Ossipowna. Sie beantwortete seine Fragen matt, widersprach sich oft, verstand offenbar ihren Schüler schlecht und gab sich auch keine Mühe, ihn zu verstehen. Vorotow stellte ihr seine Fragen, blickte dabei ab und zu auf ihr blondes Köpfchen und dachte sich. Es sind keine natürlichen Locken, sie brennt sich das Haar, merkwürdig, sie arbeitet vom Morgen bis zum Abend und findet dabei Zeit, sich das Haar zu brennen. Punkt 8 Uhr erhob sie sich, sagte trocken und kühl, Au revoir, Monsieur, und verließ das Zimmer. Wieder blieb in er zarte, feine, aufregende Duft zurück. Der Schüler tat wieder lange Zeit nichts, er saß am Tisch und dachte. In den folgenden Tagen überzeugte er sich, dass seine Lehrerin nett, ernst und pünktlich, doch sehr ungebildet war und es gar nicht verstand, einen Erwachsenen zu unterrichten. Darum entschloß er sich, um keine Zeit zu verlieren, sich von ihr zu trennen und einen anderen Lehrer zu nehmen. Als sie zum siebenten Male kam, holte er aus der Tasche ein Kuvert mit sieben Rubeln und begann es in der Hand haltend sehr verlegen. Entschuldigen Sie, Alice Ossipowna, ich muss Ihnen sagen, dass ich leider genötigt bin. Als die Französin das Kuvert sah, verstand sie sofort, um was es sich handelte. Durch ihr Gesicht ging zum ersten Mal seit Beginn des Unterrichts ein Zittern und der kühle, geschäftliche Ausdruck verschwand. Sie errötete leicht, senkte die Augen und fing an, nervös an ihrem dünnen, goldenen Kettchen zu nesteln. Als Vorotov ihre Erregung merkte, begriff er, was für sie ein Rubel bedeutete und wie schwer es ihr fiel, diese Verdienstmöglichkeit zu verlieren. »Ich muss Ihnen sagen«, murmelte er in noch größerer Verlegenheit, in seiner Brust krampfte sich etwas zusammen, er steckte das Kuvert schnell in die Tasche und fuhr fort. »Entschuldigen Sie, ich muss Sie für zehn Minuten verlassen.« Er tat so, als hätte er gar nicht die Absicht gehabt, ihr zu kündigen, sondern wollte sie nur um Erlaubnis bitten, sie für eine Weile allein zu lassen. Er ging ins Nebenzimmer und blieb dort zehn Minuten. Als er zurückkam, fühlte er sich in noch größerer Verlegenheit als vorhin. Er sagte sich, dass sie sein Verschwinden für die kurze Zeit irgendwie falsch auffassen könnte, und das war ihm peinlich. Der Unterricht wurde fortgesetzt. Vorotov lernte ohne jede Lust. Da er wußte, dass diese Stunden doch zu nichts führen würden, gab er der Französin volle Freiheit, stellte keine Fragen und unterbrach sie nicht mehr. Sie übersetzte, wie sie wollte, an die zehn Seiten in jeder Stunde. Er aber hörte ihr gar nicht zu, atmete schwer und betrachtete, um die Zeit tot zu schlagen, bald ihren lockigen Kopf, bald den Hals, bald die zarten, weißen Hände, und atmete den Duft ihres Kleides ein. Er ertappte sich auf häßlichen Gedanken und schämte sich ihrer. Oder aber er wurde rührselig, und dann ärgerte er sich, dass sie sich gegen ihn so kühl und geschäftlich wie gegen einen Schüler benahm, dass sie niemals lächelte und zu fürchten schien, dass er sie zufällig berühren könnte. Er fragte sich immer, wie er ihr Zutrauen einflößt und sie näher kennenlernen könnte, um ihr dann zu helfen und zu erklären, wie schlecht die Ärmste unterrichtete. Einmal kam Alice Ossipowna in einem eleganten rosa Kleid mit kleinem Halsausschnitt in die Stunde. Ihr entströmte ein so starker Duft, dass man unwillkürlich glaubte, sie sei in einer Wolke gehüllt und würde davonfliegen oder wie Rauch verschwinden, wenn man sie nur anbliese. Sie entschuldigte sich und sagte, dass sie heute nur eine halbe Stunde bleiben könne, da sie gleich nach der Stunde auf einen Ball gehen wolle. Er sah ihren Hals und den in der Nähe des Halses entblößten Rücken und glaubte zu verstehen, weshalb die Französinnen für leichtsinnige und leicht zu verführende Geschöpfe gehalten werden. Er ertrank in diesem Nebel von Duft, Schönheit und Entblößung. Sie aber ahnte gar nicht seine Gedanken, kümmerte sich wohl auch nicht um sie, blätterte schnell eine Seite nach der anderen um und übersetzte mit Volldampf. Er ging über die Straße und traf einen Ehren seiner Bekannten und sagte, »Wohin streben Sie? Indem ich Ihr Gesicht so blass sehe, macht mir das Schmerz.« Die Memoirs waren schon längst erledigt und Alice übersetzte jetzt ein anderes Buch. Einmal kam sie eine Stunde zu früh und entschuldigte sich damit, dass sie ins kleine Theater wolle. Als sie gegangen war, zog sich Worotow um und begab sich gleichfalls ins Theater. Er ging hin, wie er glaubte, nur um sich etwas zu zerstreuen und zu erholen. Annalise dachte er dabei gar nicht. Er hätte es auch gar nicht zugeben können, dass ein ernster, schwerfälliger Mann, der sich für die wissenschaftliche Laufbahn vorbereitete, imstande sein könne, alles liegen zu lassen und ins Theater zu gehen, nur um dort ein gar nicht kluges, wenig intelligentes, junges Mädchen, das er obendrein wenig kennt, zu treffen. Doch in den Pausen hatte er, er wusste selbst nicht warum, herzklopfen. Ohne es selbst zu merken, lief er wie ein grüner Junge durchs Foyer und die Gänge und suchte ungeduldig mit den Blicken. Wenn aber eine Pause zu Ende war, empfand er Langeweile. Als er das ihm bekannte rosa Kleid und die hübschen Schultern unter Tüll erblickte, krampfte sich sein Herz wie in der Vorahnung eines Glücks zusammen. Er lächelte freudig und fühlte zum ersten Mal in seinem Leben etwas wie Eifersucht. Alice ging in Begleitung zweier Studenten mit unschönen Gesichtern und eines Offiziers. Sie lachte, sprach laut und kokettierte. Vorotow hatte sie noch nie so gesehen. Offenbar war sie glücklich, zufrieden, aufrichtig und warm. Warum? Weshalb? Vielleicht, weil diese Menschen ihr nahe standen und dem gleichen Kreise angehörten wie sie selbst. Und Vorotow sah einen Abgrund zwischen sich und diesem Kreise. Er machte eine Verbeugung, sie aber nickte ihm nur kühl zu und ging schnell vorüber. Offenbar wollte sie nicht, dass ihre Kavaliere erfuhren, dass sie Schüler habe und aus Not Stunden gebe. Nach dieser Begegnung im Theater begriff Vorotow, dass er verliebt war. Wenn er während der folgenden Stunden seine hübsche Lehrerin mit den Augen verschlang, kämpfte er nicht mehr gegen sich selbst, sondern gab allen seinen keuschen Gedanken volle Freiheit. Das Gesicht der Alice Ossipowna blieb nach wie vor kühl. Jeden Abend, Punkt 8 Uhr, sagte sie ihm ruhig, Au revoir, Monsieur. Er fühlte, dass sie gegen ihn gleichgültig war und gleichgültig bleiben würde, und seine Lage kam ihm hoffnungslos vor. Zuweilen ließ er während der Stunde seiner Fantasie die Zügel schießen, hoffte, baute Luftschlösser, legte sich in Gedanken eine Liebeserklärung zurecht und dachte daran, dass die Französinnen leichtsinnig und leicht zu verführen seien. Doch wenn er nur das Gesicht seiner Lehrerin anblickte, erloschen seine Gedanken sofort, wie eine Kerze erlischt, wenn man sie bei Wind auf die Veranda der Sommerwohnung hinausträgt. Einmal war er so berauscht, dass er sich ganz vergaß, und ihr, als sie nach der Stunde sein Zimmer verließ, in den Weg trat und keuchend und stotternd eine Liebeserklärung machte. Sie sind mir teuer, ich, ich liebe Sie, lassen Sie mich sprechen. Alice erbleichte, wahrscheinlich aus Angst, dass sie nach dieser Erklärung nicht mehr zu ihm kommen dürfte und den Rubel für die Stunde verlieren würde. Sie machte erschrockene Augen und flüsterte laut. Ach, das dürfen Sie nicht, ich bitte Sie, sprechen Sie nicht so, das dürfen Sie nicht. Woruthoff schlief darauf die ganze Nacht nicht. Er verging vor Scham, machte sich Vorwürfe und dachte gespannt nach. Es schien ihm, dass er mit seiner Erklärung das junge Mädchen beleidigt hätte und dass sie nicht mehr kommen würde. Er entschloß sich, am nächsten Morgen auf der Polizei ihre Adresse zu erfahren und ihr einen Entschuldigungsbrief zu schreiben. Alice kam aber auch ohne den Brief. In den ersten Augenblicken war sie etwas befangen, dann aber schlug sie das Buch auf und fing an, schnell und gewandt wie immer zu übersetzen. Oh, junger Herr, zerreißen Sie nicht die Blumen in meinem Garten, welche ich wille geben meiner kranken Tochter. Sie kommt auch heute noch zu ihm. Vier Bücher sind schon übersetzt, aber Woruthoff weiß nichts außer dem Worte Memoirs. Wenn man ihn aber über seine wissenschaftliche Arbeit fragt, winkt er abwehrend mit der Hand und bringt die Rede auf das Wetter. Ende von Abschnitt 24 Aufgenommen von Rockteil Abschnitt 25 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Gewinnlos von Anton Tschechow Iwan Dmitritsch, ein kleiner Mann, der für sich und seine Familie zwölfhundert Rubel im Jahre zu verzehren hatte und mit seinem Schicksal sehr zufrieden war, setzte sich eines Abends nach dem Essen auf seinen Diwan und begann, die Zeitung zu lesen. Ich hab heute vergessen nachzusehen, sagte seine Frau, die den Tisch abdeckte. Sieh mal nach, ist die Ziehungsliste nicht drin? Ja, schon, antwortete Iwan Dmitritsch, aber du hast dein Prämienlos doch verpfändet. Ist es denn nicht verfallen? Nein, ich habe letzten Dienstag die Zinsen bezahlt. Was für eine Nummer hast du denn? Serie 9499, Nummer 26. Also, schauen wir mal. 9499 und 26. Iwan Dmitritsch glaubte an kein Lotterieglück, und sonst wäre es ihm nie eingefallen, in die Ziehungsliste zu schauen, aber heute, aus Langeweile nur, und weil er die Zeitung gerade so bequem bei der Hand hatte, fuhr er mit dem Finger die Seriennummer hinunter. Und sofort, als wollte sie sich über seine Unglaubigkeit lustig machen, stach ihm schon in der zweiten Zeile von oben die Zahl 9 4 9 9 in die Augen. Ohne nach der Losnummer zu sehen, er traute sich nicht, ließ er die Zeitung schnell auf seine Knie sinken und verspürte ein angenehmes Kältegefühl in der Herzgrube, als hätte ihm jemand einen Eimer kaltes Wasser auf den Bauch gegossen. Es kitzelte und machte ihn schaudern und war doch sehr angenehm. Mascha, 9 4 9 9 hat gewonnen, sagte er mit dumpfer Stimme. Seine Frau sah ihm in das staunende, erschrockene Gesicht und begriff, dass er keinen Spaß machte. 9 4 9 9? fragte sie und wurde ganz bleich und ließ das zusammengefaltete Tischtuch auf den Tisch fallen. Ja, ja, ganz im Ernst. Und die Losnummer? Ach, ja, auch die Losnummer. Übrigens, halt, wart mal. Nein, sag mal, immerhin ist es unsere Seriennummer. Immerhin, verstehst du? Ivan Dmitrich sah seine Frau an und lächelte breit und geistesabwesend, wie ein kleines Kind, wenn man ihm was Blankes zeigt. Seine Frau lächelte auch. Ihnen beiden war es ein angenehmes Gefühl, dass er nur die Serie genannt hatte und sich nicht beeilte, nach der Nummer des glücklichen Loses zu schauen. Sich selbst mit der Hoffnung auf ein mögliches Glück ein bisschen zu martern und zu necken, das ist so angenehm, so spannend. Unsere Seriennummer ist's, sagte Ivan Dmitrich nach einem langen Schweigen. Das heißt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewonnen haben. Es ist zwar nur eine Wahrscheinlichkeit, aber die besteht doch. Na, jetzt schau aber nach. Halt, enttäuscht werden wir immer noch früh genug. Es ist die zweite Zeile von oben, das bedeutet also einen Gewinn von 75.000. Das ist kein Geld, das ist eine Macht, ein Kapital. Und jetzt brauche ich nur gleich mal in die Liste zu gucken und da steht dann 26, hä? Hör mal, und wenn wir tatsächlich gewonnen hätten? Das Ehepaar begann zu lachen und sah sich lange schweigend an. Die Möglichkeit des Glückes benebelte sie. Sie konnten nicht einmal überlegen oder sagen, wozu sie die 75.000. Rubel brauchen könnten, was sie sich anschaffen, wohin sie reisen würden. Sie dachten nur an die Zahlen 9, 4, 9, 9 und 75.000 und malten sie in Gedanken vor sich hin und das Glück selbst, das so sehr im Bereich der Möglichkeit lag, bedachten sie gar nicht. Ivan Dmitrich ging die Zeitung in der Hand ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Und erst als sich der erste Eindruck in ihm etwas gesetzt hatte, begann er allmählich zu überlegen. Und wenn wir nun gewonnen haben, sagte er, das gäbe ein ganz neues Leben, das wäre eine Katastrophe. Das Los gehört dir, aber wenn es mir gehörte, so würde ich mir vor allen Dingen für 25.000 Rubel Immobilien kaufen. Ein Gut zum Beispiel, 10.000 für einmalige Ausgaben, eine neue Einrichtung, eine Reise, Schulden bezahlen und so weiter. Die übrigen 40.000 würde ich auf der Bank in verzinslichen Werten anlegen. Ja, ein Gut, das ist schön, sagte die Frau und setzte sich die Hände auf die Knie gestemmt. Irgendwo im Gouvernement Tula oder Arjol. Erstens hat man eine Sommerwohnung und dann trägt ein Gut auch was ein. Und in seiner Fantasie häuften sich die Bilder, eins freundlicher und poetischer als das andere. Und in allen diesen Bildern sah er sich selbst, satt, ruhig, gesund. Und immer war es ihm warm, ja heiß. Ja, da liegt er nun. Er hat gerade eine wundervolle eiskalte Suppe gegessen und liegt nun auf dem Rücken im heißen Sande, dicht am Bach. Oder im Garten unter der Linde. Heiß ist's. Sein kleiner Sohn und seine Tochter spielen in seiner Nähe. Sie graben im Sand oder fangen im Grase Käfer. Er liegt in behaglichem Halbschlummer, denkt an nichts und hat in allen Gliedern das angenehme Gefühl, dass er nicht ins Büro muss, heute nicht und morgen nicht und übermorgen nicht. Und hat er lange genug gelegen, geht er auf den Heuschlag oder sucht Schwämme im Walde oder sieht zu, wie die Bauern angeln. Bei Sonnenuntergang nimmt er das Handtuch und die Seife und begibt sich in die Badehütte. Dort zieht er sich gemächlich aus, streicht sich lange mit den Händen über die nackte Brust und steigt ins Wasser. Und im Wasser tummeln sich um die trüben Seifenringe die Fischchen, schaukeln sich die Wassergräser. Nach dem Bade ein Glas Tee mit Rahm und Butter kringeln dazu. Abends ein Spaziergang oder eine Partie Whist mit den Nachbarn. Ja, ein Gut kaufen, das wäre schön, sagt die Frau, die auch darüber nachdenkt. Und man sieht an ihrem Gesicht, dass sie ganz begeistert ist von ihren Gedanken. Ivan Dmitrić malt sich den Herbst aus mit seinen Regenschauern, seinen kalten Winden und dem Altweibersommer in der Luft. Um diese Jahreszeit muss man extra lange im Garten, im Gemüsegarten und am Flussufer spazieren gehen, damit man recht durchkältet wird. Und dann trinkt man einen großen Schnaps und danach als Imbiss, Anchovies oder eine saure Gurke mit Dill eingemacht. Und dann trinkt man noch einen. Die Kinder kommen aus dem Gemüsegarten hereingelaufen und bringen eine Möhre oder eine Rübe mit, die nach frischer Erde duftet. Und dann räkelt man sich auf dem Diwan und blättert ganz gemächlich irgendeine illustrierte Zeitschrift durch. Und nachher deckt man sich die Zeitschrift über das Gesicht, knöpft seine Weste auf und duselt ein bisschen. Auf den Altweibersommer folgt eine verdrießliche, regnerische Zeit. Tag und Nacht regnet es, die nackten Bäume weinen, der Wind geht rau und kalt. Die Hunde, die Pferde, die Hühner, alles ist nass, verdrossen, ängstlich. Spazieren gehen kann man nicht, man kann nicht vor die Tür hinaus, den ganzen Tag darf man sich aus einer Ecke in die andere drücken und gelangweilt nach den trüben Fenstern gucken, ledern. Ivan Dmitrich blieb stehen und sah seine Frau an. Weißt du was, Mascha? Ich würde ins Ausland reisen, sagt er. Und er begann darüber nachzudenken, wie angenehm es wäre, im Spätherbst ins Ausland zu reisen, nach dem südlichen Frankreich, Italien, Indien. Ich würde auch ganz sicher ins Ausland reisen, sagte seine Frau. Und jetzt, sieh mal nach der Losnummer. Halt, wart mal! Er ging im Zimmer auf und ab und dachte weiter. Ihm kam der Gedanke, Und was wäre dann, wenn meine Frau wirklich ins Ausland reiste? Allein zu reisen ist nett, oder in Begleitung von leichtlebigen, sorglosen Frauen, die nur dem Augenblick leben. Aber nicht mit einer Frau, deren Gedanken und Worte sich auf der ganzen Reise nur um ihre Kinder drehen, die ewig seufzt und Angst hat und für jede Kopeke zittert. Ivan Dmitrich sah seine Frau vor sich, im Eisenbahnwagen, mit einer Menge Paketen, Körbchen, Bündelchen. Er sah sie seufzen und jammern, weil ihr von der Bahnfahrt der Kopf schmerzte und weil sie so viel Geld verbraucht hatte. Und natürlich würde er auf den Stationen nach kochendem Wasser und Butterbroten laufen müssen. Mittag essen kann sie ja nicht, das kostet zu viel. Jede Kopeke wird sie mir nachrechnen, dachte er und sah seine Frau an. Das Los gehört ihr und nicht mir. Wozu braucht sie überhaupt ins Ausland zu fahren? Was würde sie da denn sehen? Sie wird den ganzen Tag im Hotelzimmer sitzen und mich nicht von ihrer Seite lassen. Das kenne ich schon. Und zum ersten Mal in seinem Leben bemerkte er, dass seine Frau alt und häßlich geworden war und stark nach der Küche roch. Er selbst aber war noch jung, gesund, frisch. Er hatte gleich eine zweite Frau gefunden. Selbstverständlich, dachte er, das ist dummes Zeug. Aber warum muss sie ins Ausland reisen? Was versteht sie denn davon? Und stellen wir uns mal vor, sie reiste. Neapel oder Klin, das ist für sie doch ganz egal. Sie würde mir nur im Wege sein. Ich wäre abhängig von ihr. Ich kann's mir so gut vorstellen. Wenn sie das Geld kriegt, sperrt sie es wie ein richtiges Frauenzimmer in den Schrank und hängt sechs Schlösser davor. Vor mir wird sie's verstecken. An ihre Verwandtschaft wird sie's hängen. Und mir wird sie jede Kopeke nachrechnen. Ivan Dmitrich stellte sich diese Verwandtschaft vor. Wie alle diese Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel angezogen kommen würden, wenn sie von dem Lotteriegewinn gehört hätten. Wie sie bettlerhaft beschwören würden. Wie sie fettig lächeln und schmeicheln würden. Ein ekliges, trauriges Gesindel. Gibt man ihnen was, dann wollen sie noch mehr. Kriegen sie nichts, dann fluchen sie, machen Klatschereien, wünschen einem alles Unglück an den Hals. Ivan Dmitrich dachte an seine Verwandten und ihre Gesichter, die ihm bisher ganz gleichgültig gewesen waren, schienen ihm auf einmal widerlich und verhaßt. Diese Ekel, dachte er. Und das Gesicht seiner Frau schien ihm jetzt auch widerlich und verhaßt. In seinem Innern kochte eine Wut gegen sie. Und voll Schadenfreude dachte er, Sie versteht nichts von Geldsachen, darum ist sie geizig, wenn sie wirklich gewonnen hat. Gibt sie mir nur hundert Rubel, den Rest schließt sie ein. Und schon sah er seine Frau nicht mehr lächelnd, sondern haßerfüllt an. Sie sah ihn auch an und auch voll Hass und Bosheit. Sie hatte ihre freudigen Gedanken, ihre Pläne, ihre Träume und sie begriff ganz genau, wovon ihr Mann träumte. Sie wusste, er würde der Erste sein, der seine Pfoten nach ihrem Gewinn ausstrecken würde. Auf fremde Kosten kann man leicht Pläne machen, sagte ihr Blick. Nein, nein, probier es nur. Ihr Mann verstand diesen Blick. Der Hass wälzte sich in seiner Brust und um seine Frau zu ärgern, schaute er ihr zum Possen schnell auf die vierte Seite der Zeitung und verkündete triumphierend, Serie 9 4 9 9, Losnummer 46, aber nicht 26. Die Hoffnung und der Hass schwanden beide zu gleicher Zeit. Und im selben Augenblick schien es Iwan Dmitrić und seiner Frau als wären ihre Zimmer doch sehr dunkel, klein und niedrig. Das Abendessen, das sie verzehrt hatten, schien sie nicht gesättigt, sondern ihnen nur Magendrücken gemacht zu haben. Die Abende daheim dehnten sich in unerträglicher Langeweile. Weiß der Teufel überhaupt, sagte Iwan Dmitrić, dessen üble Laune einen Ableiter suchte. Wohin man tritt, überall liegen Papierfetzen, Brotkrumen, Eierschalen. Gekehrt wird in unserer Wohnung überhaupt nicht mehr. Ich muss aus dem Hause, hol mich der Teufel mit Haut und Haar. Ich geh und hänge mich an der ersten besten Espe auf. Ende von Lustige Geschichten von Anton Tschechow Übersetzt von Alexander Eliasberg Wladimir Tchumikow und Korwitzholm Wisdom Wladimir Tchumikow Wladimir Tchumikow Moge Wladimir Tchumikow Wladimir Tchumikow Wladimir Tchumikow Schwierigkeiten Vielen Dank.